Hallo, mein Name ist André Rusche, ich bin Ihr Ansprechpartner im Hause HOMAG für digitale Produkte und heute zeige ich Ihnen unseren Zuschnittassistenten. Mit dem können Sie Ihre Stücklisten optimieren und nicht nur optimieren, sondern auch jedes Bauteil etikettieren und das egal an welcher Säge, es muss keine HOMAG-Säge sein, egal welchen Herstellers, ob kleine, große, Formatsäge stehende, er ist für jedes Produkt verwendbar. Und wie das Ganze aussieht und was Sie da bekommen, das schauen wir uns jetzt mal an. Schauen wir mal rein. Unser erstes digitales Produkt, der Zuschnittassistent. Als erstes schauen wir mal in die Anleitung rein, auspacken, aufbauen, loslegen. Es ist wirklich so einfach, wie wir es versprechen. Als erstes ein Dokument. In diesem Set sind drei Apps integriert. Die kann ich hier logischerweise schlecht ins Paket packen. Die Apps sind folgende. Der Material Manager, IntelliDivide und der Production Assist. Informationen dazu blenden wir mal hier oben ein. Und dann natürlich die Inbetriebnahmeanleitung, eine bebilderte Inbetriebnahmeanleitung. Das heißt, ich muss hier mich nicht groß durch irgendwelche Anleitungen wälzen und lesen. Auf das Ganze auf gerade mal zwei Seiten vernünftig groß, vernünftig lesbar dokumentiert. So, das lasse ich mal hier so liegen. Und dann, da bin ich besonders stolz drauf. Das Herzstück der HOMAC-Cube. Schauen wir auch hier mal rein. Was ist der HOMAC-Cube? Der HOMAC-Cube ist ein industrieller Mini-PC, der hier letztendlich in den Cube integriert wurde. Die entsprechenden Anschlussmöglichkeiten, wie man es teilweise vom PC erkennt. Natürlich Strom, USB, Internetzugang und für die entsprechenden Geräte. Und damit er natürlich auch in unterschiedlichen Ländern mit Strom versorgt werden kann, hier direkt internationale Kabel dabei. Ja, dann geht es weiter im Text. Da haben wir natürlich hier noch einen schönen kleinen smarten Etikettendrucker, den wir mit liefern. Und damit man auch natürlich sofort durchstarten kann. Hier die entsprechende Verkabelung dabei, das USB-Kabel, Netzteil und natürlich hier auch wieder für unterschiedliche Landesregionen die Anschlusskabel. Und als letztes in dem Set zwei Etikettenrollen, damit sie natürlich sofort loslegen können. Für weitere Informationen zu diesem Set besuchen Sie unsere Webseite, schauen in unserem eShop oder schreiben Sie uns eine E-Mail. Ich freue mich drauf.